Das sollte es ja nicht sein, dass das Leben auf einmal limitiert wird, dass auf einmal man sich gar nichts mehr traut, nicht rauszugehen oder keinen Sport zu machen und nicht dem nachzugehen, wo die Leidenschaft hingeht. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, weil ich dachte auch am Anfang, wo ich vor dieser Entscheidung stand, ein Defi zu bekommen, es haben nur alte Leute, mein Leben ist vorbei, kann ich gar nichts mehr mitmachen.